Guten Herzlich Willkommen zum heutigen YouTube Video zum neuen Let's Play Part von 2K WW2K16 Showcase Modus Part Nummer 2 Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr Ich will jetzt einfach mal mit dem Mikro ein bisschen näher ran. Wir machen heute weiter In der letzten Folge haben wir 3% schon abgeschlossen Wir haben in der letzten Folge hier alles freigeschaltet Und jetzt wissen wir hier Stone Cold Stunning Steve Austin gegen Wiki Steamboat Bonus Match von Bash and the Beach 1994 WCW United States Champion Machen wir Freunde Machen wir. Ich muss jetzt erstmal mal eine Cola wogen Machen wir weiter Wiki the Dragon Nächstes Match Okay Freunde. Machen wir weiter Wenn ich das Spiel durch habe, werde ich wahrscheinlich WWE 13 spielen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und seine Spieler von Hollywood, California, Weighing 253 lbs, die United States Heavyweight Champion, Stunning Steve Austin. Stunning Steve Austin, United States Heavyweight Champion. He knows Ricky Steamboat quite well. He was the World Television Champion, was Austin, for 18 months. Und das Spiel war Ende von Ricky, den Dragon, Steamboat. So Steamboat und Offen, no strangers at all. Oh, du bist genau, JR. Das heißt, du wirst ein Klassiker hier sehen. Du wirst ein Ressling, du wirst eine Riedelung, und du wirst ein guter Fassend-Fight. Weil Offen kann es alles tun. Schöne Clothesline. Ich bin mir mit dem Vicky Streetboot Schaden zu füllen. Schöner Move. Ich will mir doch die Lick Perfix, die mir gleich auf Oberstelle. So weit oben. Wieder schön ausgezündet worden. Oh, Schöner. Oh, Schöner. Powerful. Und Tromble auf den Sweeperhold. Okay. Sehr schön. Pille, Steamboat. Okay. Team Austin frustrated. Ricky Steamboat continues to kick out and show resilience. And Austin now trying another approach, King. We all know about Steamboat. He's got a great heart. These two superstars know each other extremely well. Look at this guy. Okay. Austin's got to go to plan B. And Steamboat bridge is up. Both men in a different condition. Uh-oh. And not a good landing for Austin. It's the veteran Steamboat out of Charlotte, North Carolina. Creating a little distance. Oh, boy. Steve Austin should take advantage now. That kick slowed the momentum down that Steamboat was about to build. Oh, what's gonna go here, JR? Team Austin. Wow. Oh, boy. Funny her. 사진 made a wonder gun off. See ya, guys. Hang on. Oh-oh. That's part of the follow. Steve Austin wins an obsession. I can't believe he needs on the становitfs, brother. I'll help you get a spin on the switch. You'll be there, then. schweb in die ecke okay back there what do you expect ok special between the ropes them and off Oh, look at this. Austin's throwing Steamboat in the road. What's he going for here, JR? Austin, the United States Champion, looking for a two-stone car driver. Oh, he died. And now reversed again. Look at these teams. Look at these two-stones. And it's Steamboat. Oh! Locked in his hands, dropping Austin on the United States Champion's head. Steamboat should go for the cover. He's a little hattled. Steamboat looking for something else, another piece of offense. Yeah, you're right. I think Steamboat wants to hit something big and put Austin away for good. Oh, boy! Austin shoved the referee out of the way. I didn't know better. I think Austin's trying to get himself disqualified. I think he's done it. The referee is saying, this is over. Now, wait a minute. Steamboat's having a conversation with the referee. Steamboat cannot win the United States title via disqualification. The match continues. And Steamboat now with piston-like right hands on the face of the United States Champion. Look at this reversal here. Austin off the ropes, duck. Whoa! Crossbody! Nice crossbody roll through by Austin. Austin the roll through. Austin! 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 Austin on the ropes. And we have everything free gespielt! wieder. Sehr schön Freunde. Wir haben alles freigespielt. Die WCW-Arena. Also es ist jetzt nur die WCW-Arena, die wir uns freigespielt. Nein. Wir haben uns Wiki, Steamboat und auch noch Stunning Austin haben wir uns freigespielt. Und weil es jetzt nur ein kurzes Video war, Freunde. Gibt es jetzt auch noch Titel Show als zwei der Besten dualiieren. Stone Cold gegen Brad Hedman Hart. So. Und damit geht das gleich weiter. As Stone Cold continued to scratch names off his superstar hit list, there was one name that had eluded Austin's sights. I'd like to use this chance to issue a challenge against one Bret the Hitman Hart. Bret Hart had been absent for the dawn of 316 and the man who had been racing hell all over WWE. If you put the letter S in front of Hitman, you've had my exact opinion of Bret Hart. I'm the best there is. I don't pay attention to a lot of talk. I'm the best there was. Especially when it comes from you. And I'm the best there ever will be. The Hitman found himself in unfamiliar territory. The crosshairs of the Texas Rattlesnake. The one thing that's been missing has been me. But the excellence of execution has never been one to back down from a challenge. In the Survivor Series, I will face Stone Cold Steve Austin. You're never gonna get through with Stone Cold Steve Austin. You're gonna have to kill me first son. And that's the bottom line. And it's the truth. And if I can beat Stone Cold, then I will beat Stone Cold. The rest is easy pickings for the Hitman. Son, if you think Stone Cold Steve Austin is a stepping stone, well watch the first step, cause it's a doozy. Will Bret Hart be able to prove once and for all that he is the best there is, the best there was, and the best there ever will be? We'll see who kicks whose ass. So, friends. Wie geil ist das bitte schön. Survivor Series New York. ... ... STUNKOLD DEEEVE OFF! 1 BOOL! Oh mein Gott, das ist der BABY KAL! STUNKOLD DEEEVE OFFER! Wie geil ist das, Freunde? Wie geil! Die BABY KAL! 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 Ich liebe ja die Attitude Era! Ich freu mich auf die DE13, Freunde! Ich freu mich so darauf! Weil es da die Attitude... Wie gesagt, die Attitude Era gibt! Da freu ich mich richtig drauf! Auf die Attitude Era freu ich mich richtig, Freunde! Auf die Attitude Era, Freunde! naai động! Ja! Hier gå! mit den Charakteren gibt mir den Haar. Freut euch auf WWE 18, Freunde. Und das hab ich schon, Let's Played. Geiler Scheiße, Alter. Well, this should be quite the contest, Jerry. Stone Cold Steve Austin, Brett the Hitman Hart, finally going to meet one-on-one. This is a rivalry that has been brewing for several weeks now. Well, you're right about that, JR. A long time coming, and it's finally here. Stone Cold Steve Austin, the rattlesnake, going against the best there is, the best there was, the best there ever will be. This should be great. Brett the Hitman Hart, the consummate wrestler, scientific, fundamentally sound. Austin likes to brawl, likes to fight. Oh, look at this. Look at this stare down. Are either one of these guys going to be intimidated, JR? I don't think so. Austin trying to get into Hart's head. I don't think that's going to happen tonight. Look at that. Whoa. You're number one in the Hart of Stone Cold Steve Austin. Here they go. The black heart of the Texans. Father Novo Tia. And it's Brett the Hitman Hart. Well, he had the advantage momentarily. Austin now reverses it. Referee asked for a clean break. Whoa. Uh-oh. I don't want to be the referee in this match. Would you, JR? Absolutely not. Oh-oh. I think Timbers are going to flare really quick. Well, the tension. I'm not too nervous. So you can hear the comments. Go. 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 Warte mal. Äh. Treff Hitman. Treff verletzten Gegner. Stand X. Okay. Sehr schön gecondert von Hitman Hart. Schöne Clothesline. Schöne Clothesline. Sehr schön. Flügel Treff, Fred Hart schaden zu. Machen wir. Sehr schön aus. Sehr schön gekontert von Fred Hittman Hart. Aber ich habe auch gekontert. Sehr schön. Oh fuck. Ich habe auch sehr schön gekontert. Und wow, schöner Bein-Buffer. Ich bin früh, fuck. Schöner Break-Baker. Boah, ich bin da richtig gut drin. Steve Austin doing a great job of turning that around. Oh, schöner Uppercut. Ich gehe wieder in den Ring. Und dann klatscht es erstmal für Fred Hart. Oh. Ja. Ja, naja. Greife. We sits. Schöner Bein. jetzt drücken habe ich beides abgeschlagen sehr schön so schön so schön so schön so schön so schön so 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 that toxic shot to the body may have hurt him more than we know well we're on the move here oh my gosh driven down head first oh once you get out of the ring anything can happen you've got exposed steel concrete the barricades and all of it can be used to cause massive damage I don't think you're gonna see a lot of high flying or a lot of risk taking in this matchup oh so that's a little bit oh so 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 that's a little bit okay Ok, wir kriegen wir hin, dann beenden wir jetzt hier das Match an der Stelle, oh fuck, das war der Wef. Wow, sehr schön, sehr schön von Austin, dann beenden wir jetzt hier die Kacke, Stunner, Kacke, Stunner, One, Kick out, Bippenstoff, Unterbringung, oh, jetzt hat man hart ein bisschen, Schöner, oh, ist hier ein Schöner Neckbrücker, also Neckbrücker geht nie durch, Schöner Pin, Schöner, 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 Bleib liegen, Alter, jetzt zieht er verkehrt, jetzt zieht er wieder richtig, Der Sinager, geht du es, So Freunde, wehenden wir jetzt hier das Match, aber ich weiß nicht, aber ich denke, ich denke, ich denke, Stone Cold Steve Austin, hat sich gefragt, was muss er tun, kann er das tun? Oh, look at das! Austin, mit der Diversion, der Million Dollar Dream ist countertet, Hart, Hart, Schöner, und Bretta Hitman Hart countert, Austin, und Binn, der Lass, der Lass, der Lass. Hart, hat jetzt einen Schöner gewonnen, als der W.W.A. Champion. Man, oh man, Stone Cold Steve Austin hat das, hat das Finishing Maneuver locked in, aber er würde nicht gehen, wenn Hart auf dem Rumpen war, der Lass, der Lass. Okay, Freunde, wir haben leider verloren. So, wir haben für Walbert Divers freigeschaltet. Wir gehen auf jeden Fall ins Zeitachsmenü. Wir haben Stone Cold Steve Austin für Walbert Divers freigespielt und wir haben Poet Hitman Hart freigespielt. Und wir haben Austin Survivor Series freigespielt. Mega. Aber ich gehe in Zeitachsmenü, weil das sehen wir in dem nächsten Part, Freunde. Das Match. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir haben wirklich alles freigespielt bis jetzt. Freunde, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.